Die Galaxie ruft und Fettspielen folgt. Wir machen ein neues Let's Play hier auf unserem YouTube Channel und zwar Good Game Galaxy. Da wir schon Good Game Empire, Good Game Big Farm und Good Game Schieß-Mich-Tot spielen, spielen wir jetzt auch mal Good Game Galaxy. Ich habe wie immer keine Ahnung von dem Game. Ich habe nur einen Kaffee bei mir, eine Maus, eine Tastatur, einen großen Bildschirm und ein Aufnahmetool laufen. Und jetzt starte ich mal hier, ne? Drück mal spielen, ja? Tim ist nicht verfügbar, sehe ich jetzt hier. Gucken wir mal, ob Fettspielen am Start ist, so als Name. Spielen. Jo, das geht klar. Okay. Der Beginn eines Imperiums. Willkommen, Kommandant. Mein Name ist Ami. Das ist wohl Ami hier. Ihre persönliche Assistentin bei der Oberung der Galaxie. Bauen Sie ein Wohnmodul, um die Bevölkerung ihrer Basis zu erhöhen. Ja, mache ich glatt. Bauen. Hier ist es hier unten in der Leiste. Alles klar. Wohnmodul benötigt Bevölkerung 0. Bauzeit so und so lang. Alles klar. Das machen wir doch mal direkt hier hin. Zack, kommt da hin. Da sieht man mal auch, wie lange das dauert. Was haben wir hier oben? Okay, alles klar. Das sollten vorerst genug Einwohner sein, um weiter Gebäude zu bauen. Ähm, hier kann ich mir meine Missionsballon abholen. Alles klar. Hier kriege ich eine neue Quest. Äh, sehr gut. Die Spannung steigt. Oh, hier kommt mein, äh, Steam im Hintergrund und meldet sich. Da werden wir doch gleich mal hier beenden, ne? Damit da nicht sich noch mehr meldet. Um unsere Basis weiterhin mit genügend Energie zu versorgen, äh, müssen wir 12 Gigawatt Leistung erreichen. Okay. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich noch ein Kraftwerk. Ein Fusionsreaktor. Alles klar. Alles klar. Der ist ja mal wirklich klein, ne? Den stellen wir hier hin. Sehr schön. So sieht das gut aus. So gefällt mir das. Fertig. Quest erledigt. Zack, da kriegen wir was für. Äh, hier so komische bunten Silizium und Erfahrungspunkte. Alles klar. Sehr schön. Uh, Level Up, Level 2. Das sehen wir auch hier oben. Genau. Äh, Glückwunsch, Kommandant. Sie haben jetzt Level 2 erreicht. Ja, ich danke Ihnen. Belohnung sind 41 Titan, 41 Silizium, 10 Energie und Space Cash 10. Oh mein Gott, gibt's hier viele Währungen. Äh, alles klar. Dankeschön, dankeschön. Neue Mission. Ähm, ich bin, äh, Wulfrich Multigenius Lambda und ich kreiere ein Wunder in der Wissenschaft. Bau ein Forschungszentrum. Ha, das machen wir glatt. Ähm, da gehen wir doch mal hier. Schließen das erstmal. Ich denke, das ist hier unten. Bauen. Forschungszentrum. Was kostet das? Immer 6 Silizium, 6 Titan. Jetzt interessiert mich doch mal, was ich da hab. Titan, Silizium hab ich ja genug. Alles, ne? Dann nehmen wir das mal. Jetzt ist nächstes groß. Gut. Also hier ist mein Fusionsreaktor. Hier ist eine Bauzelle. Hier ist mein Forschungszentrum. Sehr schön. Quest erledigt. 50 Erfahrungspunkte abholen. Super. Nächste Mission. Äh, erforschen die erste Stufe der Laserkanone. Laserkanone Stufe 1 erforschen. Ja, dann gehen wir dann hier. Okay, das ist logisch. Gehen auf Forschung. Laserkanone. Äh, erforschen. Wunderbar. Das läuft jetzt hier ab. Okay, hier kann man dann die verschiedenen. Das hab ich auch erledigt. Bekommen. 15 Titan. Sehr schön. Neue Mission. Äh, bauen sie eine Laserkanone, um die Veränderung der Basis zu verbessern. Ja, das machen wir glatt. Machen wir hier zu. Gehen hier hin. Äh, Laserkanone. Gut. Kann ich die auch hier hinstellen? Ne, ich muss sie da hinstellen. Ich werd hier noch sehr an der Hand geführt. Das gefällt mir. Hm. Hm. Hm, schön. Hm, fertig. Äh, abholen. Sehr gut. Ähm, als nächstes. Oh, was bekomm ich hier? Titan, Silizium, Energie und Space Cash. Space Cash, wie sich das anhört. Erinnert mich an das South Park-Folge. Da gab's auch mal Space Cash. Alles klar. Okay. Neue Mission. Äh, bauen sie eine Fabrik, um Einheiten für den Angriff zu konstruieren. Jo. Äh, kein Ding für mich. Zack. 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 Wird gebaut. Dauert alles nicht so sonderlich lang. Das ist sehr schön. Zusätzliche Bauslots. Oh, 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 oh. Das erinnert mich an Good Game Empire. Das hab ich schon mal irgendwo gesehen. Gibt es denn hier Musik in diesem Spiel? Das frage ich mich gerade. Es ist ja, ich würd ja gern singen für euch, aber ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Ich guck mal in den Einstellungen, ob ich hier etwas ausgeschaltet hab. Nein, es ist nichts ausgeschaltet. Also, es gibt wohl noch keinen Ton. Äh, ziemlich beschissen. Ich kann die Ton an, Ton ausmachen. Ja, da passiert überhaupt nichts. Na gut, dann gibt's halt keinen Ton. Äh, Gebäude, Fabrik. Es ist fertig. Alles klar. Dann holen wir das ab. Ähm, neue Mission. Ähm, jetzt können wir endlich auf den Siegel gehen, Kommandant. Äh, acht Hornets konstruieren. Okay, alles klar. Also, hier ist dann die Hornets. Dann machen wir eine Max-8. Konstruieren. Zack. Acht Hornets, Stufe 1. Wahrscheinlich, ah, kann ich mir mehrere Warteschleifen hier machen. Schon fertig. Zack. Abholen. Silizium, Titan kriegen wir dafür. Das sind jetzt meine Hornets. Die sehe ich nirgends. Oder sehe ich die irgendwo hier? Fliegen die irgendwo rum? Nö, da ist nix. Hier gehen wir mal nochmal wieder zu. Machen wir die nächste Mission. Und greifen sie im Mitglied der Gorox an. Ja, pff, mach ich doch glatt, ne? Gorox, Basis, Ansehen. Okay. Portalwarp, Sensorkarte. Ah, das sind sie hier. Gorox, Level 1. Basis, Ansehen. Das ist ihm seine Basis hier. Angreifen. Äh, bitte Instruktionen folgen. Klicken sie die Einheiten an. Greifen wir doch mal mit allen an, oder? Würde ich sagen. Ich setze mal hier hin. Bäm. Geht's los? Ja. Oh, Sound. Wir haben Sound, Commander. Wir haben Sound. Sehr schön. Sehr schön. Okay, jetzt geht hier die Basis. Krieg richtig auf die Eier, ne? Schön. Ist ja ganz lustig gemacht eigentlich. Zack, werfen sie einen Blick auf den Kampfbericht. Ja, mach ich. Kampfbericht. Sieg. Ressourcen erbeutet. Silizium. Zack, zack, zack. Belohnung. Erfahrung. Ja, ja. Zerstörte Gebäude. Einheiten verloren. Nichts. Das ist sehr schön. So hab ich das gerne. Oh, Belohnung. Level up. Ich bin Level 4. Das ist sehr gut. Zack. Wählen sie im Anschluss eine Fraktion, die ihnen zusagt. Okay. Hey. Savannah. Oh Gott, ich hab natürlich keine Ahnung. Lucky Star System. Okay, lass mal gucken. Sehr größter Kampf. Okay. Okay, komm, ich nehm die ersten hier. Die sehen doch ziemlich legit aus, oder? Was meint ihr? Wollen sie Mitglied? Ja, will ich. Wählen sie einen Namen für Fettspielen. Fettspielen ist der Name für meine Base. Ja, ist natürlich schon belegt. Gotham ist wahrscheinlich auch belegt, oder? Wird mich ja schwer wundern, wenn nicht. Gotham ist frei. Sehr schön. Dann nehmen wir mal hier. Bauen sie die Schaltzentrale auf Stufe 2, um neue Gebäude freizuschalten. Okay. Dann mach ich das zu hier. Bam. Da ausbauen. Ausbauen. Boom. Wie lange dauert das? 10 Sekunden. Das ist ja gar nichts. So lange können wir ja mal hier umgucken. Space Cash. Okay, das wird die Ingame-Währung sein, die ich noch kaufen kann. Okay, das sind Quests. Quests, Quests, Quests. Alles klar. Fertig. Abholen. Silizium und Titan. Das ist sehr schön. Neue Mission. Vergrößern sie eure Base, um mehrere Bauflächen zu erhalten. Jawohl. Mach ich. Zack. Zack. Wo haben wir es denn? Kosten. Boom. Das ist ja mal geil. Alles klar. Abholen. Das haben wir sehr gut gemacht. Neue Mission. Bauen sie Titanwerk auf Stufe 2 auf, um dessen Produktionsrate zu erhöhen. Okay. Achso, das macht mir die ganze Zeit Titan. Alles klar. Muss ich jetzt auch machen. Stufe 1 macht 900. Wie viel macht denn das? Kosten. Ah, okay. Produktionsrate 39 pro Stunde. Von 17 auf 39. Sehr schön. Das ist doch mal eine gute Sache, oder? So, das dauert jetzt einen Moment hier. Geht dann gleich weiter. Abholen. So, sehr gut. Neue Mission. Ausgezeichnet. Die Grundproduktion von Titan ist nun stabil. Ein Lager für eben dieses Titan wäre übrigens empfehlenswert. So, alles klar. Bauen wir doch mal ein Lager, oder? Ja, das passt hier wunderbar hin, finde ich. Okay, die Bauzeiten gehen jetzt auch ein wenig hoch, wie ich schon sehe. Allianz Chat kann ich hier noch aufmachen. Ja, gut, da drücke ich jetzt mal nicht drauf. Jetzt warten wir mal ab. Sehr schön. Das hätten wir auch erledigt. Fertig. Abholen. Nächste Quest. Was ist das hier? Galaktischer Markt. Okay. Was soll ich jetzt mal hier kaufen? Ressourcenpack. Muss ich das kaufen? Ist das eine Quest, oder was? Wenn ich das nicht will? Ja, schauen wir mal. Muss ich es kaufen? Super. Lass ich gleich meine ganzen Münzen los. Äh, ja. Ressourcenpack gekauft. Okay, bauen sie ein Mediatower, um die Produktionszahlen benachbarte Ressourcengebieten zu steigern. Okay, mach ich. Äh, bumm. Dann gehen wir mal hier hin. Ähm. Zack. Medientower. Ah, sehr schön. Sehr schön. Der braucht nur 6 Sekunden, um zu bauen. Das ist doch auch gut. Ich denke, wir sind gleich auf Level 5 dann, wenn wir diese Quest jetzt hier abschließen. Äh, 60 Erfahrungspunkte. Bam. Level up. Okay, jetzt haben wir 3 neue Missionen. Ähm. Glückwunsch. Kriegen hier noch was. Hier haben wir 3 neue Missionen. Ich würde sagen, ähm, das war's erstmal für heute. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play mit Good Game Galaxy. Ich bin Tim, ich bin raus. Musik